Hallo und herzlich willkommen zu Ghost of Tsushima. Wo wird der Wind? Da wird der Wind. Er hatte mir wieder das... Ist da was Interessantes? Ich denke nicht. Ich habe mal wieder irgendeinen Questmarker in die Pampa gesetzt. Wo noch Nebel des Krieges war. Kann ich nie ab. So was. Was ist das denn hier? Ach so. Das ist die Schnapsbrennerei hier. Die Sakebrennerei. Jojo. Na komm. Ah fast ne. Ich finde das kann man gut bei dem Game machen. Mal ab und zu. Nebel des Krieges ist weg. алguat. Okay. Ja. 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 Ich bin super. Na. das kennen wir auch springst du rüber? gutes Pferd, gutes Pferd ach, guck an junge frau, was ist los? dann mach ich fällig so werden wir tun so 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 da ist der Questmarker, alles klar gut, haben wir dann weiter zum Gehöft so so kämpfen wir jungens hat der mich fast gehabt mit der Finte alles cool alles cool gut Rette die Geiseln, besiege Gegner mit einem Kopfschuss Okay Kein Kopfschuss Immer noch kein Kopfschuss Sachen gibts Kopfschuss Schuss 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 Das ist doch gar keiner. Das ist so gefährlich. Oh, ist so gefährlich. Aha. Kameradschnüschel. Geht's besser? Nein. Immer noch nicht. Okay. Rettet mich! Ah, so. Jetzt, jetzt. Bist du bereit? Danke. Ihr seid sicher. Pitsche, pitsche. Brauchst aber nicht anfangen zu weinen, Mädel. Alles gut. Ja, geh doch da in dein Haus. Sag mal, hast du hier irgendwas? Nö. Dann können wir einen anderen Auge freien. Falls der möchte, ne? Ich brauche Hilfe! So! Hey! Was? Bitte! Hält mir! Haupttier, du! Beide seid ihr frei. Fürst Sakai. Ihr habt meinen Dank. Vorsicht da draußen. Vielleicht hätten wir uns ergeben sollen. Warum? Ist ja alles gut. Ergeben. Ergeben. Was habe ich denn jetzt hier? Haftbomber, ne? Komm. Ich finde die geiler. Ich finde die geiler. So. So. Wer hat hier Auge gemacht? Du machst Auge? Komm! Hier! Ja, komm! Können wir ja nicht so lassen. Wohnt hier einer? Jo! Da wohnt einer. Alles gut, alles gut, Junge. Alles gut. So. Alles gut, Junge. Alles gut. Bin bei dir. Böller voll! Gibt es hier oben was? Hä? Junge Frau! Ich möchte sie... ...Gegner in der Nähe. Wo? Ach da. Was sagt er? Was machst du denn du? Junge. Kannst du Vorräte nehmen, oder? Ja. Ja, ist doch gut. Stillhalten. Wir schulden euch unser Leben. Nehmt den Schlüssel für Gosakus Rüstung. Nutzt ihn weise. Habt ihr die Rüstung je selbst gesehen? Wir haben es nicht gewagt, mein Herr. Wir sollten sie für jemanden wie euch aufbewahren. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Etwas Ruhe wird mir gut tun. Oh. Guter Gehöft. Jetzt das schönste. Kuschel-Einheiten mit... Kago. Kago? Oh. Ist das geil. Guckt ihr es an. Ja. Habt ihr euch verdient. Beide. Ist das cute. Und deswegen... Ich will so einen Hut haben. Ohne Witz. Tja. Ich möchte jetzt da gar nicht stören. Der Atem von... Kago. Der ist... Imped am Vibrieren. Der ist einfach... Entspannung pur. Könnte ich jetzt echt so stundenlang... Wunderschön. Kommt. Ihr müsst... Ihr müsst aufstehen. Ja, ich weiß. Haben wir denn hier alles? Ich glaube nicht. Ich bin ja wieder... Husch, husch... Durch die Reihen geschnibbelt. Ich bin ja wieder... schon eine Rüstung versprochen wurde, ne? Ich finde das recht skandalös. Was denn? Die Diebe? Ein Samurai sollte sich mit so jemandem nicht abgeben. Ach, Mädels. Wirklich. Und er kein gewöhnlicher Samurai. Es ist trotzdem unangebracht. Sie retten Menschen. Bekämpfen den Feind. Ganz genau. Ganz genau so ist das. Mit angemessenem Verhalten habe ich jetzt sowieso nicht so. Alles, was unangemessen ist, finde ich angemessen. Ne? Bäm. Und der Nebel des Krieges ist weg. Gut. Dann würde ich ganz gerne diesen Nebel des Krieges auch... Entfernen. Ich weiß gerade gar nicht. Kann ich gleich gucken. Weil wir sind ja da in der Nähe vom goldenen Tempel. Und eventuell könnten wir ja ein paar Verbesserungen vornehmen. Eventuell aber auch nicht. Wir sind auf Kurs. Was? Rüstung von Pferden. umfassivieren! Write거! Junge, abhauen! Ich warte darauf, bis er wegläuft. obwohl die trophäe haben wir schon ist alle er lässt sogar die vorräte lässt er hier wenn der abhaut so sind wir sind wohl am start da oben oder da oben ist was da ist der schreien den den haben wir schon den haben wir schon abgeschlossen es wäre so geil wie die umfallen richtig richtig nice du hast fertigkeitspunkte und die haben hier leider mal gar nichts ach so hier ist ja hier ist der punkt wo ich hin wollte hier ist noch ein ganz fitzigen nebel ganz fitzigen nebel machte mal bitte weg zuck zuck tach elch ja ist doch gut ist doch gut was ein licht gut da haben wir alles hier das hier mit erkundung das erschließt sich mir irgendwie überhaupt rein gar nicht ich habe hier meiner meinung nach habe ich hier schon einen verschwendet weil ich kriege vögel die mich zu orten hin lotsen ich habe karten markierungen wo ich sachen also hier bin ich irgendwie bin ich raus so geist was haben wir hier wird gegner kann man kann man machen aber wieso mal ist das hier sichere landung kommen und sich nach tiefen stürzen ab das hat trägt von dieben ich finde ich super hammer nimm ich muss schneller sein kettenattentat kett alter meister des kettenattentats bringe dich drei nahe ziel in schn super super da kommt ja noch was klasse so das sieht alles hier ziemlich cool aus was haben wir ja geschenke rüstungsschmieden bogenmacherin nix egal aber das geschenk kann man ja was was Es ist so geil, das Game. Wirklich, es ist so mega geil. Ach, hallo. Ich bin so dankbar, dass ihr kamt, mein Herr. Ihr seid sicher. Für euch, mein Herr. Vielen Dank. Oh, Baum. Vogel. Hier gibt es nichts mehr. Ich habe Nebel des Krieges komplett. Ach, er ist schon wieder da. Aber was willst du mir zeigen? Willst du mir den Golden Temple zeigen? Hey, das klappt. Das sagst du immer wieder? Ich glaube dir nur nicht. Ja, ich glaube, davon haben wir genug. Können wir einfach... ...einfach verbessern. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserung. Ja, das... Das behauptet so. Hallo, Vogel. Ja, cool, danke. So, was... Kannst du nicht? Sagt auf jeden Fall das Spiel. 80. 80. 37 Stahl. Habe ich. Und 4. Das wird lange... Geht langsam echt ins Geld. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich das einzige Schwert, was ich bekomme. Reicht beschenkt, Trophäe erhalten. Schnee von Kamigata. Hauptsächlich im Norden getragen, um nicht zu frieren. Sag mal. Ach so, das ist so ein... Ich bleibe hier bei meinem Schnäuzer. Finde ich gut. Obwohl hier so eine... Was ist denn? Ne. Ne. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Was hast du denn nur für eine Rüstung an? Junge. Tracht des Reisenden. Ich glaube, es hackt. Fünf Stahl. Stahl auch mal am Start. Weiß ich nicht. Was ist denn hier? Der ist schon vollständig. Schon immer noch? Ein Linguista-Holz? Was ist denn das für ein Zeug? Was man da so selten findet. Gut. Er leuchtet nicht mehr. Dann ist hier alles... Alles Tutti. Was hast du? Fallensteller. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Fallensteller. Ist in Ordnung. So. Da möchte ich hin. Und dann... Hier nach oben. Durch den Nebel des Krieges. Kann ich mal gerade noch hier sehen. Los jetzt, Kage. 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 Untertitel. Hebeiden. Ja! Kamerad! Kamerad! Junge! Was ist denn los mit dir? Wer verkloppt, weißt du, dann denkt er hier... Er kann den Breiten markieren. Wirklich. Ohne Witz. Dich zu tauschen wäre sträflich. Nicht mal der Hexer, der kuschelt so geil mit Plotze. Alter! 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 Ey, Klikken! Ich bin ausgewichen! Ja? Wenn du nicht willst, kriegst du den halt DOSHA TURGIL Hedge hat, war schon in Ordnung Tut mir leid, Bärchen, aber Du hast Fell Also, hier Kampfhaltung, ne? Achso Ist so eine Sache, ne? Klappt natürlich Aber ist kein Garant, finde ich Und bei dem Dicken, ne? Was muss ich da? Berserker oder Schild? Weil der ist fett und hat ein Schild in der Hand So Irgendwie die Wasserkampfhaltung hat Nicht wirklich funktioniert So Haben wir das Komm Rumpelst du schon wieder? Bitte, bitte Aufpassen Mein Fehler Musst du aber Hau ab, Re! Achso, du lässt ja immer Dein Loot fallen Und haust dann ab Was eigentlich eine coole Art und Weise ist Naja, also Vielleicht lass ich mal In Zukunft jemanden von euch Laufen Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering Ah Das Gehöft Das kennen wir schon Da war ich hier an dem komischen Schrein Da vorne Aber da war hier noch nichts los Töte einen Gegner mit einer Haftbombe Und Hau ab, Re! Köter Wirklich Nee, geht noch nicht Kalle, guck dir doch nicht die Regale an Also wenn ich mir ne irre Dürfte ich Bonus schon bekommen Oder? Hör auf! Bald seid ihr frei Schrei mir nicht so ins Ohr Ich dachte, ich sterbe hier Geht Habe ich auch erst gedacht Aber ich bin es langsam gewohnt Dass sie direkt losstürmen Und euch köpfen wollen Eisen Löcker Du hast nix Vorräte Was für das? Gar nix Was haben wir hier? Leinen Haftbombe Was haben wir hier? Ja, ich bin ein Ohr Was ist das? Habe ich nicht gerade hier sind zweifach Attentäter ausgewählt? Oder wollte ich den? Habe ich den mir nur gewünscht für das nächste Mal? Der Kutsch? Der Kutsch? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Bonus-Ziel abgeschlossen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.